Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute möchte ich mal wieder über die Zeitqualität sprechen. Im Moment ist sehr viel los und es gibt wieder ein paar Dinge, die wir beachten können, damit wir unseren Weg ein wenig leichter weitergehen können. Ich glaube, wir haben einen ganz bestimmten Entwicklungspunkt im Moment überschritten und ich glaube, dass wir jetzt beginnen werden zu erleben, dass erste Energien von der alten Dimension oder der alten Welt in das Neue hinüberwandern, hinüberziehen. Und für uns äußert sich das damit, dass im Moment alles ruckelt und es an manchen Stellen stockt mehr als zuvor und es ziemlich schwierig ist, klare Pläne zu schmieden und klar einfach den eigenen Weg weiterzugehen. Warum das so ist und was da eigentlich passiert und wie wir damit umgehen, das möchte ich heute mit euch teilen. Ja, und ich kam auf die Idee für den Podcast, weil ich vorletztes Wochenende den Lebensraum-Online-Workshop geleitet habe, den dritten Teil von meinem Online-Workshop. Und in der Fragestunde kam eine Frage, da wurde gefragt, wo stehen wir denn jetzt eigentlich gerade? Sind wir denn schon in der neuen Energie oder der neuen Zeit, neuen Zeitalter, wenn man so will, angekommen? Sind wir noch auf dem Weg dahin? Sind wir angekommen? Wo stehen wir denn eigentlich? Und wenn ihr euch erinnert, ich habe ja vor einer Weile hier in meinem Podcast mit euch geteilt, dass ich dieses Bild hatte von den zwei Rolltreppen, dass die Rolltreppe der alten Energie langsam runtergeht oder die Dynamik der alten Energie des alten Zeitalters langsam ausklingt und die Dynamik des Neuen langsam empor steigt und dass es einen Kreuzungspunkt gibt, einen Punkt, wo sich, wenn jemand auf der Rolltreppe nach unten ist und jemand auf der Rolltreppe nach oben ist, da gibt es einen Punkt, wo die sich begegnen und fast nebeneinander herfahren oder nebeneinander stehen. Und mein Gefühl war die letzten zwei Jahre mit all dem ganzen Drama, was wir erlebt haben, das war diese Zeit, wo das Alte und das Neue ganz stark in so einer disharmonischen Resonanz waren, wo man auch das Gefühl hatte, das Alte beeinflusst das Neue oder das Neue wird beängstigt vom Alten und es gab so ein Hin und Her und auch so ein Gefühl, als wäre das beides sehr nah zusammen. Mein Gefühl ist, dass wir über diesen Punkt jetzt schon hinaus sind. Das heißt, dass wir jetzt erleben, dass die Dynamik in unserem Leben, die ins Neue strebt, in unserem Körper, in unseren Beziehungen, in unserem Beruf, in unseren Familien, die Dynamik, die ins Neue strebt, die hebt sich langsam über das Alte hinaus. Und wir haben es tatsächlich damit zu tun, dass die Energie oder die Lebenskraft von einer alten Dimension in eine neue Dimension hinüber wechselt, wenn man so will, von der alten Welt ins Neue. Und das ist nicht ein linearer Weg. Das ist nicht einfach, oh, ich laufe meinen Gartenweg entlang und ich laufe einfach von der einen Seite des Gartens zur anderen Seite. Das wäre ein linearer Weg von A nach B. Wir haben es hier mit einem Bewusstseinswandel, mit einem Dimensionswandel zu tun. Das ist vor allem auch ein innerer Weg. Also ein Beispiel dafür wäre, ich beginne diesen Weg damit, dass ich mich innerlich ganz isoliert und abgeschnitten fühle und meine Lebenskraft ganz unterdrückt ist und ich ganz irgendwo feststecke und dann beginne ich, mich innerlich zu öffnen, vielleicht für Liebe, für Verbundenheit. Ich fange an, die Präsenz Gottes wieder zu spüren und die Liebe wieder anzunehmen, die Gott mir schenken will. Und auf einmal fange ich an, mich zu öffnen und zu erblühen und ich fange an, meine Gaben zu entdecken und einzubringen und alles verwandelt sich. Ich verwandle mich und mein Leben um mich herum verwandelt sich und wie ich mit den Menschen in meinem Leben umgehe, verwandelt sich. Also es ist, es sind ganz viele Veränderungen, die da geschehen und man könnte sagen, ja, du bist aber nicht von A nach B gegangen, sondern du bist irgendwo von innen, von einem kleinen Punkt, von einem kleinen Samenkorn hast du dich geöffnet und bist aufgeblüht und gewachsen in alle Richtungen. Alle Zweige haben sich entwickelt und Blätter bekommen und Blüten bekommen und Früchte bekommen. Das heißt, es ist mehr ein multidimensionaler Wachstums- und Veränderungsprozess. So, und das große Problem oder die große Herausforderung, die wir haben, ist, dass es eben kein linearer Weg ist und dass wir nicht mit dem alten Bewusstsein so einfach ins neue Bewusstsein rüber wechseln können und von dem einen Raum in den neuen Raum wechseln können. Wenn ich von in meinem Haus von der Küche zum Badezimmer gehe und ich mache die Türen auf und ich gehe von einem Raum ins andere, brauche ich nicht meine innere Haltung zu verändern. Ich brauche nicht zu meditieren oder meine innere Verbundenheit zu Gott zu stärken, sondern ich kann einfach so wie ich bin von einem Raum zum anderen gehen. Und hier in dieser Zeitenwende funktioniert das aber nicht so. weil diese neue Dimension ist nicht einfach etwas ja Neutrales, was nichts mit uns zu tun hat wie eine Jahreszeit, die dann einfach kommt, egal was wir dazu sagen, egal was wir dazu empfinden, wie wir damit uns verbunden fühlen oder nicht. Der Frühling kommt, der Sommer kommt, der Herbst kommt, der Winter kommt. Diese neue Dimension ist in allererster Linie auch eine neue Beziehung. Eine neue Beziehung zum Leben, eine neue Beziehung zu Gott, eine neue Beziehung zur Erde, eine neue Beziehung zu unserer Seele, zu uns selbst, zu anderen Menschen. Und das hat ganz viel mit unserer inneren, persönlichen Einstellung zu tun, mit uns selbst zu tun. Und von daher ist es im Moment so, dass alles langsam, langsam in diesen Sog kommt oder diesen Einflussbereich des Neuen. Wir kommen dem Neuen näher, wir kommen an diese Schwelle zwischen der alten Dimension und der Neuen und alles in uns muss dann darauf irgendwie reagieren und wie wir darauf reagieren, wie offen wir für das Neue sind, wie gut wir uns vorbereitet haben, wie vertrauensvoll wir uns einlassen, entscheidet darüber, wie einfach oder wie schwierig, wie schnell oder wie zäh, wie sanft oder wie plötzlich und ruckartig dieser Übergang geschieht. Ja, und meine Beobachtung ist einfach im Moment, dass wir immer wieder auch im Alltag an diese Schwellen kommen, wo es dann so energetisch ruckelt und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, ich habe jetzt nur ein Beispiel, wo es mir konkret aufgefallen ist, auch nochmal aus dem Lebensraum Online-Workshop und zwar am letzten Seminartag hatte ich morgens, das war am Sonntagmorgen, da hatte ich dann so das Gefühl, wow, es fühlt sich so an, als ob wir als Gruppe an so einer energetischen Schwelle stehen oder wie wenn wir durch so eine Art Grenze gerade zusammen gehen oder über etwas hinaus wachsen, uns über etwas hinaus entwickeln und ich wusste gar nicht so recht, was ist denn das, das ist nicht dieser lineare Weg, wo man sagt, oh, jetzt kommt nochmal mehr Kraft rein oder jetzt werden wir langsamer oder schneller, sondern ich hatte das Gefühl, alle zusammen, wir wachsen gerade in das Neue, wenn man so möchte, hinein und in dem Moment ist mein Internet zusammengebrochen und ich hatte dann wirklich das Gefühl, ich kenne das natürlich auch leider hier mit meiner schlechten Internetverbindung weit draußen auf dem Land, dass das bei mir nicht immer technisch so einfach ist, aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, es ist nicht nur die Internetverbindung, da ist noch was anderes dabei, das ist so wie, jetzt habt ihr euch gerade rausbewegt aus dem Alten und es braucht jetzt ein bisschen Zeit, und vielleicht auch kreative Beweglichkeit, dass man andere, schnell andere Lösungen findet, andere Wege findet, weil es gibt ein Ruckeln, wenn man diesen, wenn man diesen Schritt geht, es geht nicht alles so geschmeidig und glatt mit ins Neue, sondern es kann hier und da mal was kurz wegfallen, ausfallen, wackeln, kippen, bis es sich dann wieder auf der neuen Ebene eingependelt hat, wir haben dann, wir waren dann ganz elegant und haben dann andere Übertragungsmöglichkeit gewählt und nach ein paar Minuten waren wir auch alle wieder zusammen und konnten weiter durch den Tag gehen miteinander, aber mir ist das so geblieben und ich hatte auch danach das Gefühl wie, wow, wo sind wir da durchgegangen, was für ein Schritt war das jetzt gerade, wo, was ist da passiert und ja, also das nur als ein Beispiel, wir sind tatsächlich jetzt mit der Frage konfrontiert, wie erleben wir jetzt diesen Übergang? Ich glaube nicht, dass wir schon an dem Punkt sind, wo das neue Bewusstsein hier auf der Erde die stärkste Energie ist im Raum, die alles prägt und alles lenkt und leitet und wo man, wenn man sich unbewusst einfach treiben lässt, man sofort in diese Dynamik reinkommt, sondern meinem Gefühl nach ist, sag ich mal, das Chaos zwischen Alt und Neu im Moment am stärksten und es ist aber so, dass der Weg ins Neue langsam aufgeht und meinem Gefühl nach haben wir jetzt vielleicht etwas weniger als ein Jahr Zeit das ist jetzt wirklich nur ganz meine ganz eigene persönliche Einschätzung ich kann voll daneben liegen aber ich sehe das so dass der nächste große Punkt wie Ostern 2023 ist ab da wird es wieder ganz anders weiter gehen aber ich habe das Gefühl von jetzt bis dann wird der Sog des Neuen immer stärker und wird uns beständig einladen komm bring jetzt alles von dir und alles in deinem Leben über diese Schwelle ins Neue und weil wir einen möglichst sanften Übergang wollen oder ich möchte das zumindest in meinem Leben möchte ich euch heute ein bisschen darüber erklären wie funktioniert denn dieser Übergang und wie funktioniert der Übergang besonders sanft wie können wir das schaffen dass wir auch mit diesem ruckeln möglichst gut umgehen mit diesen kurzen Momenten wo Sachen dann nicht so weiter gehen wie wir uns das wünschen oder wie wir es erwartet haben genau so und ihr wisst ja dass ich mich sehr gerne mit Gott verbinde und ich weiß dass ich dieses Wort auch jetzt immer öfter verwende und ich weiß es ist für einige von euch ganz leicht ist zu verstehen was ich damit meine und für andere von euch ist es vielleicht schwierig vor allem wenn jemand von euch ganz negative Erfahrungen mit dem Wort gemacht hat und ihr erlebt habt dass Menschen euch verletzt haben dass Menschen euch unterdrückt oder bedroht oder missbraucht haben und den Namen Gottes sozusagen als Deckmäntelchen dafür verwendet haben und daher möchte ich immer wieder auch erklären was ich damit meine und euch ruhig auch ermutigen wenn dieses eine Wort für euch schwierig ist zu gucken ob ihr euren inneren seelischen Übersetzer verwenden könnt und ein anderes Wort finden könnt ich habe lange Zeit nicht von Gott den Namen Gottes nicht genannt sondern ich Liebe Gottes aber ich habe es leichter gefunden und gemerkt dass es mir leichter gefallen ist und mit der Zeit habe ich mich da rein entwickelt und du kannst für dich mit den Worten einfach spielen und schauen was besser passt auf jeden Fall finde ich es immer wichtig zu wissen für mich dass diese Entwicklung hier auf der Erde nicht aus dem Nichts heraus entsteht sondern dass die Erde die Menschen die Tiere die Pflanzen alles was ist wirklich in Gottes Hand ist und dass Gott uns vorbereitet hat und uns angekündigt hat vor 2000 Jahren Christus hat die meiste Zeit wirklich damit verbracht über den Übergang ins Neue zu sprechen über die Endzeit zu sprechen über das Neue was kommt das neue Königreich Gottes die neue Zeit und gesagt das was ich jetzt mache das ist nur so eine Art Vorschau nur so eine Art kleiner Anfang ihr werdet da alle reinwachsen das ist alles auch in euch und ihr werdet ihr sollt euch darauf vorbereiten ihr sollt euch dafür öffnen und das wird sich jetzt durch die Erde durch arbeiten und dann irgendwann ist es reif und dann geht es ganz schnell und daher finde ich es immer schön rein zu spüren rein zu lauschen und zu merken wow Gott wird in meiner Wahrnehmung immer präsenter und Gottes Kraft und auch die Kraft mit der er Dinge wandelt und verändert und erneuert wird immer größer und da ist eine tiefe Liebe in allem was da gerade geschieht für mich ich würde glaube ich ganz viel Angst haben ganz viel Terror vor diesem ganzen Übergangs Prozess wenn ich nicht das Gefühl hätte Gottes Herz zu spüren und Gottes Liebe wahrzunehmen und zu spüren was Gott wichtig ist und was Gott will weil Gott ist so unendlich so riesig so groß und das ist klar wenn man jetzt das Gefühl hat Gott ist grausam Gott ist unpersönlich Gott ist wie so eine Gewitterwolke die einfach macht was sie will wie Blitze die vom Himmel runtergehen die einfach machen was sie wollen ohne mich wahrzunehmen dann kann man Gott kann man in Terror sein vor Gott aber wenn man ja wenn man merkt man merkt wow was Gott als allererstes will ist eine liebevolle Beziehung mit uns Menschen und das ist tatsächlich das aller allererste was Gott will ist diese liebevolle Beziehung und dass wir in dieser liebevollen Nähe und diesem Austausch und diesem Dialog mit ihm sind dass wir ihn fragen dass wir ihn hören dass wir mit ihm atmen dass wir mit ihm auf die Schöpfung schauen dass wir uns mit ihm mit seiner Hilfe entfalten und unser volles Potenzial einbringen dass wir heilen dass wir gedeihen dass wir wachsen dass wir werden meinem Gefühl nach was ich im Alltag in den letzten 10 20 Jahren einfach erlebe ist Gott tatsächlich voller Liebe und voller Wünscht sich immer mit so einer ganz tiefen Leidenschaft mit uns in Beziehung zu sein Gott könnte innerhalb von einer Sekunde die Dimension hier auf der Erde verwandeln Gott könnte die Erde nehmen und rumschütteln und alles irgendwie neu zusammenwürfeln ohne auf uns Menschen zu achten er könnte uns einfach wegfegen von der Erde und komplett neu beginnen aber da ist eine Liebe da eine Beziehung da die sagt ich möchte das mit euch machen ich möchte mit euch ins Neue gehen und ich will dass ihr das mit mir erlebt und dass ihr euch dafür öffnet und dass ihr merkt das ist ein Geschenk das ist ein Geschenk was ich euch schenken möchte und ich möchte dass es was bewusstes ist und ja das finde ich ist immer sehr berührend zu merken dass wir Menschen auf den Fokus haben nur auf unser Überleben auf das aller einfachste was auch okay ist zum Teil aber manchmal bleiben wir da hängen und Gott hat immer diese Sache dass er mit uns in Beziehung sein möchte in aller erster Linie dass wir mit ihm lernen dass wir ihm näher kommen dass wir ihm vertrauen und dass da ein gemeinsames Leben entsteht oder ein Miteinander entsteht so und wie gesagt mein Gefühl war immer dass wenn wir uns langsam für diese Liebe öffnen wir anfangen diese Liebe auch anzunehmen dass wir dann ganz automatisch ins Neue kommen weil wir dann in dieser annehmenden vertrauensvollen Haltung sind und mein Gefühl war auch wenn Menschen sich mit aller Macht am alten festhalten also am alten Bewusstsein damit meine ich der Mensch will alles selbst kontrollieren der Mensch will nichts annehmen sondern will nur selber die Macht Position ausüben will gewaltvoll sein will alles kontrollieren will alles an sich reißen mit gierig alles ausbeuten dann sperrt er sich selbst gegen das Neue es ist nicht so dass Gott nicht alle Menschen einlädt ich habe das Gefühl aber dass eben wenn wir sagen nein nein wir wollen ein blödes Geschenk nicht ich will selber machtvoll sein und ich will diese alte Macht und diese alten Dinge und ich greife nach diesen Sachen und ich lasse es nicht los dass sich dann eine ganz große Spannung aufbaut ein Nein zu Gott ein Nein zum Neuen ein Nein zur Veränderung ein Nein zur eigenen inneren Entwicklung ein Nein zum Lernen und dann baut sich eine wahnsinnige Spannung auf in diesem Bereich bei Menschen die diese Haltung haben baut sich eine Spannung auf zwischen dem Alten und dem Neuen und dann ist tatsächlich das Potenzial da dass plötzliche Zusammenbrüche kommen dass plötzlich dann irgendwas zusammenfällt wie so eine energetische Lawine dann runtergeht weil sich alles so verhärtet und weil sich alles so sperrt und weil die Spannung zwischen dem Alten und dem Neuen dann immer größer wird so und ich finde es wichtig zu wissen dass jeder Mensch da mit entscheidet wie der Übergang und die Veränderung auf der großen übergeordneten Ebene letztendlich aussieht je mehr Menschen sich öffnen je mehr Menschen merken hey da ist was Positives drin ich freue mich darauf ich öffne mich dafür klar habe ich manchmal auch Angst klar ziehe ich mich manchmal auch zusammen klar bin ich manchmal auch in Spannungen und so weiter aber immer wieder öffne ich mich immer wieder entscheide ich mich zu vertrauen und immer wieder gehe ich ein Stück weiter da entstehen rund um diese Menschen offene Bereiche Bereiche wo die Veränderung fließen kann wo Sachen langsam und schrittweise ins Neue hinüber wandeln können und wo der Prozess sanft geschehen kann und ich weiß dass es gerade für diese Zeit für diese Übergangsphase vom Alten zum Neuen auch ganz viele Prophezeiungen gibt über große Zusammenbrüche über diese Kataklysmen wird immer wieder gesprochen und dass Menschen einfach das Gefühl haben hey es ballt sich jetzt alles immer mehr und dann kommt der große Zusammenbruch und dann leben wir sozusagen wieder wie in der Steinzeit alles wird zusammenbrechen und es wird uns schlimm ergehen sagen wir es mal so und meinem Gefühl nach gibt es dieses Potenzial wenn jetzt genug Menschen Nein sagen zum Neuen und sich sperren und mit aller Kraft am Alten festhalten und wie so eine wahnsinnige Mauer bilden dann wie gesagt kann das irgendwann diese Mauer einstürzen plötzlich und ja aber das muss nicht sein es ist immer wichtig zu wissen dass wir einen großen Einfluss haben auch auf die Qualität des Übergangs wir können diesen weichen liebevollen Schritt also kleinen und schrittweisen Übergangsprozess wählen oder wir können diesen ich sag Nein zum Neuen bis bis alles zusammenbricht das können wir auch machen und ihr wisst sicherlich ich bin ein Fan von dem liebevollen Weg ich bin ein Fan von dem sanften Übergang und deshalb wähle ich das und versuche das und versuche mich darauf einzulassen soweit ich eben kann und das finde ich einfach wichtig dass man nicht in das schlechteste oder mieseste Potenzial reinspürt und sagt so wird das kommen und mit aller Angst das dann herauf beschwört sondern dass man wirklich merkt ja das ist möglich wenn wenn man komplett jetzt sich verspannt gegen das Neue und verwehrt aber das muss nicht sein es gibt auch einen anderen Weg so die große Herausforderung ist jetzt einfach dass zum Beispiel sagen wir mal nur bei unserem Körper Allein unser Körper ist ja ein System was vom alten Bewusstsein ins Neue rüber wechseln möchte von diesem alten Sein ins Neue rüber wechseln muss und sagen wir mal dass es Bereiche in unserem Körper gibt die noch alte Energie tragen oder wo altes Trauma drin steckt alte nicht verdaute Erfahrungen die wir gemacht haben haben noch irgendwelche Lasten in den Muskeln in den Knochen in unseren Organen dann muss sozusagen jede einzelne Zelle jedes einzelne Organ jeder einzelne Muskel durch einen Heil Entwicklungs und Wandlungsprozess um ins Neue zu kommen und ins Neue kommen bedeutet dieses ja dieses entfaltete Neue Sein und wir können uns das noch nicht ganz so vorstellen was wirklich ist ich glaube dazu ist es noch zu früh aber wir können einfach wahrnehmen das Alte war sehr stark dieser Überlebenskampf und auch da viele feststeckende blockierte Energien und unterdrückte nicht entfaltete Bereiche und das Neue ist auf jeden Fall mehr Entfaltung Harmonie dahin kommen wo der Körper ursprünglich auch sein möchte in den Idealzustand kommen und einige von euch merken ja gerade in den letzten Wochen und Monaten dass euer Körper ächzt und dass so viel Kraft auch im Moment darauf verwendet wird wirklich euch diesen Heilungs- und Veränderungsprozessen zu stellen und wir machen das weil unser Körper sozusagen jetzt schon anfängt ja zu sagen zum Neuen und schrittweise alle Schichten in unserem Inneren diesen Übergangsprozess vollziehen und vielleicht wenn du in deinen Körper reinspürst merkst du Bereiche die schon mehr leuchten Bereiche wo schon was fließt kleine Fünkchen kleine helle Lichter leuchtende kleine Eckchen und das sind die Bereiche die sind schon im Neuen angekommen und wenn du merkst es gibt noch so düstere schwere alte Bereiche das sind die Bereiche denen steht der Übergang noch bevor weil Gott sich wünscht dass unser Körper mitgeht ins Neue dass wir Menschen mitgehen können ins Neue lädt er uns zu diesem schrittweisen Übergang ein weil es bei diesem Übergang ein Ruckeln gibt oder eine Herausforderung gibt oder einen Moment wo dieser Bereich der jetzt ins Neue geht nicht leistungsfähig ist weil er vollkommen eingenommen ist und herausgefordert wird mit dem Übergang und damit unser Körper nicht plötzlich komplett ausfällt geht sozusagen nur ein Teil nach dem anderen ins Neue nicht alles auf einmal deshalb sind wir jetzt auch eingeladen als bewusste Menschen jetzt schon ins Neue rüber zu wandern und Teile von unserem Leben ins Neue rüber wandern zu lassen damit dann nicht ein großer Schlag kommt wo alles auf einmal ins Neue wechseln muss und wir dann monatelang einfach nur vollkommen erschöpft da sitzen und gar nichts mehr machen können und nichts mehr funktioniert sondern es soll sozusagen ein langsames schrittweiser Übergang sein und dann merkst du eben mal oh jetzt ist es im Beruf gerade ein bisschen jetzt ist da nicht so leicht und dann ist es mal wieder in der Beziehung und dann ist es mehr auf einmal kommen und ruckeln sondern nach und nach darf alles diesen Übergang vollziehen so und ja ich glaube das ist eine sehr schöne Perspektive und vielleicht entdeckt ihr ja dieses energetische Ruckeln auch bei euch in eurem Leben bei den Projekten die ihr plant und mir geht es einfach so dass ich früher oft ja diese alten Bahnen für meine Schöpfungen genutzt habe und dann auch einschätzen konnte ah da geht es lang das möchte ich erreichen da alle Kraft voraus und jetzt ist es mehr wie ich mache einen Plan und schon beim ersten Schritt merke ich oh ich muss Slalom laufen ich muss Schleichwege gehen ich muss kreativ werden weil nichts so funktioniert wie man sich das vorstellt manchmal wegen mir manchmal bei anderen Leuten gerade in ihrem Transformationsprozess sind und irgendwie keine Energie haben und dann geht es hier wieder weiter und da wieder weiter und man muss irgendwie so ein bisschen lockerer die Dinge angehen lassen ein bisschen langsamer machen und bereit sein auch mit ja kreativen Umwege oder Lösungen und Kompromisse auch zu finden genau und ich glaube das wird noch so bleiben bis nächstes Ostern 2023 2023 und ich glaube dass wir jetzt wirklich in einen größeren Sog des Neuen kommen werden in der zweiten Jahreshälfte ich glaube dass es auch schon so ein bisschen anfängt aber es wird bestimmt auch noch mehr werden jetzt ist die Frage was können wir tun was können wir tun während alles so ein bisschen anfängt zu ruckeln also ich finde das die Beziehung zu Gott und auch diese innere Führung die wir annehmen das finde ich im Moment einfach so wichtig so beruhigend ich muss nicht wissen wie alles weitergeht ich muss das große Ganze nicht selbst im Griff haben sondern ich kann mich zurücklehnen anlehnen die Liebe annehmen und fühlen die die alles liebevoll einfach weiterführt und weiterprägt und weiter harmonisiert und ich würde auch sagen sich nicht so sehr vom Verstand leiten lassen im Moment sondern mehr auf das Bauchgefühl hören mehr die Intuition nutzen und ruhig auch wirklich Umführung bitten du kannst Gott jeden Tag bitten sag mir wie es weitergeht zeig mir den nächsten kleinen Schritt ich habe keine Ahnung was ich machen soll zeig du mir bitte wie es weitergeht und Gott wird mit der Art und Weise die du wahrnehmen kannst und für die du dich öffnen kannst mit dir kommunizieren und wir müssen auch wirklich immer reinspüren im Moment und schauen bevor wir uns für irgendwas entscheiden bevor wir uns auf irgendwas einlassen wie ist mein Bauchgefühl fühlt sich das rund und stimmig und klar an oder ist es schrill und nicht ganz so ist es wirklich führt es mich weiter ins neue oder führt es mich davon weg und im Moment ist glaube ich wichtig dass wir nur die Sachen machen die uns wirklich weiter ins neue rein einführen so mein zweiter tipp ist tägliches verbinden mit der neuen Erde mit dem neuen in Verbindung gehen so wichtig weil es ist einfach noch nicht komplett da aber wir brauchen für unsere innere Orientierung immer wieder die Verbindung dazu wir können das ganz konkret machen indem wir uns mit der Erde verbinden nach unten hin und wirklich wahrnehmen ich verbinde mich mit der neuen Erde während dem Seminar habe ich immer wieder gesagt wir stecken unseren Stecker in die neue Erde in die Steckdose der neuen Erde wir verbinden uns nicht da wo Sachen jetzt zu Ende gehen und sich auflösen und keine Energie mehr da ist sondern wir verbinden uns mit dem Neuen wo frische Kraft da ist wo die Heilung wirklich auch von unten aus der Erde kommt uns erfrischt uns durchströmt damit verbinden wir uns und wir können auch immer wieder uns mit der neuen Erde verbinden und allgemein uns erlauben das Neue wahrzunehmen dein neues Selbst das neue Leben das neue Miteinander neue Energien neue Erfindungen neue Schöpfungen Neues einfach neues liebevolles Sein wahrnehmen das zieht uns auch ein bisschen mit nach vorne das hilft uns auch mehr und mehr die Angst zu verlieren und mein dritter Tipp wo ich auch ganz persönlich etwas habe was was mich damit verbindet ist tatsächlich auch sich mit anderen Menschen zu verbinden im Alltag die auf diesem Weg ins Neue sind die bewusst auf diesem Weg ins Neue sind es gibt bestimmt viele Menschen die sich für das Neue öffnen und auch auf das Neue vorbereiten ohne sich dessen bewusst zu sein ohne darüber nachzudenken ohne darüber zu reden aber es ist schon wichtig für uns wenn wir bewusst diesen Weg gehen und auch auf diesem Weg ganz bewusst sind dass wir im Alltag teilen können wie sich das anfühlt auch über die tiefsten Ängste sprechen können die Herausforderungen gemeinsam angehen können und uns immer wieder verbinden immer wieder sprechen können oder wahrnehmen können es gibt andere Menschen die sind auch auf diesem Weg wir öffnen uns gemeinsam dafür und das war vor vielen vielen Jahren ein Impuls der bei mir angeklopft hat wo ich richtig gespürt habe das kennt ihr vielleicht auch dass Gott mir so auf die Schulter klopft und sagt hey Lea du sollst den Raum öffnen du sollst den Raum erschaffen ein Raum für erwachende Menschen ein Raum für Menschen die sich auf das Neue vorbereiten die lernen wollen Liebe anzunehmen in diese tiefe tiefe Verbundenheit zu kommen die lernen wollen wie funktioniert das Leben aus der Liebe heraus was passiert wenn wir nicht länger in diesem alten Bewusstsein drin hängen sondern uns ins neue rein entwickeln wie entsteht ein liebevolles miteinander ein liebevoller Ausdruck unserer Bestimmung liebevolle Beziehung zur Erde zu unserem Körper zu unseren Beziehungen in unserer Familie und so weiter Ja und dann habe ich die Oase ins Leben gerufen und die ist jetzt wirklich schon einige Jahre begleitet sie uns und wächst immer weiter wir haben mit ganz wenigen Teilnehmern begonnen jetzt mittlerweile ist es immer so zwischen 900 und 1000 Leute sind in der Oase drin es erstaunt mich auch immer wieder natürlich sind nicht alle aktiv im Oasen Forum und die Oase ist ja auch viel mehr als nur ein Forum wo wir uns austauschen sondern da gebe ich euch mein ganzes Wissen weiter alle Heilerfahrungen alle mein Wissen zur Traumaheilung habe ich jetzt ganz neu nochmal alles aufgenommen und euch eingebracht und ja wöchentliche Webcasts wir haben monatliches Zoom Treffen so viele Sachen die einfach so das Miteinander auch stärken und einen immer wieder Halt geben und die Teilnehmer bestätigen immer wieder dass es einfach für sie ein Anker ist auf dem Weg ins Neue gerade wenn auch mal im persönlichen Leben die Wellen höher schlagen dass man immer weiß ich habe einen Ort der mich immer wieder in die Liebe zurück führt und immer wieder einlädt den nächsten kleinen Schritt zu 13. Juni und wenn du Interesse hast die Oase mal auszuprobieren dann ist das vielleicht eine gute Gelegenheit dir diesen Termin zu merken und dir zu überlegen ob du einsteigen möchtest genau so dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag wie immer freue ich mich wenn dir das Video gefallen hat oder die Audio Aufnahme dass du dir überlegst ob du das mit deinen Freunden oder Bekannten teilen möchtest das immer das größte Geschenk für mich wenn ihr den Podcast weiterleitet oder weiterempfehlt wer Lust hat mal auf iTunes mir eine Rückmeldung dazulassen den Podcast zu bewerten das ist total hilfreich für mich und wenn du auf YouTube unterwegs bist gib mir einen Daumen hoch und wenn du magst abonnier meinen YouTube Kanal alles alles Liebe bis dann